Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Adrenalin hat uns gerade den Po gerettet und städtische Invasion ist auch ganz toll. Unbeugsam, weiß ich nicht, benutzt man irgendwie zu selten. Oh, Autodidakt haben wir auch freigeschalten. Ich glaube, ich nehme statt städtische Invasion Autodidakt mit. Mal gucken, wie das jetzt in der Runde läuft. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, ich glaube, das wird die letzte Runde sein. Ja, die Uhrzeit bestätigt mich. Die sagt dasselbe. Oh Gott, Clodet, Clodet, Mac. Okay, wir sind nicht die Einzige, Mac. Ich dachte gerade schon, wir kommen schon in so eine Runde von lauter Clodets rein. Aber jetzt stören wir die Party nicht. Wir umschließen praktisch das Konzept. Voll gut. Ich will mir auch als nächstes von den Scherben hier die Frisur von Clodet holen. Allerdings nicht in Rot, sondern in diesen Braunton. Finde ich nämlich voll gut. So viele Scherben kann man gar nicht erspielen, dass man alles haben will. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar von diesen, ähm, wie weiß denn die denn? Äh, Aura-Zellen. Da werde ich mir auch noch welche von holen. Ich habe mir gedacht, ich gebe für die Aura-Zellen 10 Euro aus. Das muss dann irgendwie reichen. Weil wir hatten ja jetzt hier schon so oft diskutiert gehabt. Mensch, die sind eigentlich ganz schön teuer für das, was man kriegt. Ähm, ja. Aber ich glaube, so zur Unterstützung 10 Euro, das ist okay. Ich finde es halt nur irgendwie nicht so gut, wenn ich mir jetzt alles damit kaufen würde. Weiß ich nicht. Also wenn man sich jetzt alles irgendwie darüber finanziert. Huh, ich glaube, das wäre ein bisschen teuer. Aber das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, dreimal als Thema gehabt oder so. Mit heute. Ich weiß es nicht. Oder ohne heute. Jedenfalls oft. Am Ende sind wir ja eh auf den, äh, B-Schluss, Endschluss. Wir sind jedenfalls darauf gekommen, dass es am Ende jeder selber entscheiden muss, wie es am besten läuft. Von daher, ne. Ich sitze auch schon wieder hier irgendwie so gedrungen. Ich weiß auch schon wieder nicht, warum. Ich muss das Mikro hier ein bisschen ranholen, so. Ah, letzte Runde im Sumpf. Ich weiß immer nicht, warum ich so komisch sitze. Warum mache ich das nicht gleich so? Warum verbiege ich mich immer so blöde? Das ist nicht gut für den Nacken, sage ich euch. So. Ich würde vorschlagen, wir warten mal ab, welcher Killer es ist. Und so lange gehen wir hier mal auf Totem schau. Oh wow. Okay, gut. Da wurde ein wichtiges Totem schon gefunden. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Äh, sie ist gefallen, aber hier ist ein Totem. Oh, der Flo ist am Start. Hallo. Voll gut. Nur ein bisschen spät. Also was heißt spät? Wir sind ja heute eigentlich noch relativ früh am Start so. Aber es ist nur mal mitten in der Woche. Mittwoch. Äh. Oh wow. Der Killer. Na ganz toll. Wer ist es denn? Auf jeden Fall ein Herzschlag. Oh nein. Es ist Leather Phase. Kommt der zurück? Nee. Jetzt habe ich endlich WLAN in meiner eigenen Wohnung. Richtig gut, Flo. Das läuft. So, wir haben gelieb eine Zeit bei. Müsste eigentlich activated sein. Da wir hier noch im Terrorradius waren. Ich hoffe es zumindest. So. Hey. Yo. Claudette. Bleib mal stehen. Ich könnte dich eine Runde heilen, wenn du magst. In der Hoffnung, er hat keinen Ruf der Krankenschwester. Oh Gott, er sucht. Aber er hat keinen Ruf der Krankenschwester. Sonst hätten wir das schon mitgekriegt. Oh wow. Alter Mäuschen. Ich habe Angst hier. Lauf lieber irgendwo hin. Oh Gott. Das hat mich gerade hier ein bisschen panisch gemacht. Puh. Ich wollte sie jetzt nicht unnötig festhalten. Oh Gott. Holla. Das war ja mal ein bisschen knapp. So. Machen wir einfach mal den Jen jetzt hier. Right back von allen Problemen dieser Welt. Hui. So weit, so gut, ne? Noch, noch ist die Welt in Ordnung. Die eine Person ist zwar gerade noch gehittet. Ich weiß auch gerade gar nicht, äh, okay, Autodidakt haben wir gerade auch zwei. Ich würde gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir das hingekriegt haben. Dann heilen wir hier mal fröhlich weiter. Skill check. Skill check. Skill check. Voll gut. Weiß nicht, ich mag Autodidakt total gerne mittlerweile. Wenn man oft genug heilt, äh, kann der echt praktisch sein. Ah, da, das ist die Clodette. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da gelaufen? So, jetzt sind wir hier schön zu dritt. Frage ist, wo ist der Killer und unser Teammate? Am besten nicht am selben Ort. So. Ach, schaut mal, hier oben, der ist schon gemacht. Interessant. Wir gehen mal ein Stück. Da ist die Clodette glatt mit uns mitgerannt. So, und sie wurde auch gehittet. Ich frage mich gerade, wo das Toten im Stand stand. Hm. Aber wir können ja mal da zur, äh, anderen Hütte rübergehen. Oh wow, ist jetzt blöd. Okay, andere Hütte hat sich auch erledigt. Da war auch schon was am Dun. Fangen wir einfach mal den hier an. So, und sie wird jetzt gerade ans andere Ende der Map getragen gefühlt. Ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Ich fasse das als Ja auf. Na toll. Und Franklin hat da auch. Aber unsere Küste war eh fast leer. Von daher. Alles halb so wild. Oh nein. Er hat sie gleich wieder gekriegt. Oh, wie ärgerlich. So, die Palette hier ist ja auch weg. Öh, gehen wir jetzt hin vor Schreck. Wir bleiben einfach mal hier. Und teilen uns selber mal eine Runde. Hm. Jetzt, äh, wäre Autodidakt für einen selbst auch echt cool. Hm. Vielleicht sollten wir in der Kombi auch botanisches Witz... Witzen. Botanisches Wissen nutzen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so übel. So, ich werde jetzt gleich mal darüber rennen. In der Hoffnung, sie wurde noch nicht aufgehoben. Ah, okay. Gut. Hat jemand anderes übernommen? Er dreht hier wieder seine Kreise. Okay, da hinten muss, glaube ich, noch ein Jen sein. Weil hier ist nur der und der. Anderer kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier noch ist. Ich staune, dass er den hier nicht eintritt. Oh, nein. Oh, nein. Das Schlimme ist, das hat er nur aus Glück geschafft. Das war nicht mal können. Oh, wow. Hier ist der andere Jen. Ja, das haben wir irgendwie richtig blöd gemacht. So, er lässt sich nicht weglocken. Aber gut für mich. Wir können uns hier ein bisschen heilen. Das ist ja gar nicht mal so unübel. Hm. Ist jetzt blöd mit den Gents. Okay, da rinnt Claudette. Wo ist der Killer? Aber so weit, so gut. Vor allen Dingen, wir sind ja eigentlich auch noch alle da. Wir haben kaum gehangen. Außer die eine Person, glaube ich, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Von daher könnten wir es eigentlich ganz gut wuppen. Wenn jeweils zwei an einem Jen hängen. Er kann uns nicht alle verfolgen. Und hier scheint er gerade nicht zu sein. Schade, dass die Kiste hier irgendwo rumliegt. Da ist er auch schon. Oh nein. Ich will nicht. Nee, lass mich. Ich möchte das nicht. Ah. Ich hätte hier vielleicht auch nicht hochrennen sollen. Hey, wo ist er? Ah, da. Oh Gott. Hilfe, Sackgasse. Ah. Ah. Nein, das war blöd. Adrenalin, bitte Adrenalin. Bitte, bitte. Uh, 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 uh. Huh. 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 Habe ich schon mal das Huh erweht? Holy shit, ey. Adrenalin. Huh, huh, huh. Oh Gott. Mach den Ausgang auf. Bitte, wach ihn auf. Ah. Verdammt. Huh. Adrenalin, Alter. Huh. Huh. Wow. Oh mein Gott. Holy. Habe ich mich auch gefragt, Flo. Ohne Witz. Flo fragt gerade, wann spielen wir das nächste Mal GTA oder The Last of Us. Ich habe den Stream jetzt geschnitten, wo wir GTA gespielt haben. Ich habe richtig Bock. Also, lass, lass, lass mal, lass mal einen Tag anvisieren, du. Müssen wir mal wieder spielen. Vielleicht kriegt ihn auch den, den Solardo dazu, um eine Runde mitzuspielen. Alter, war das knapp. Huh. Oh nein. Wie ist denn das passiert? Das ist ja auch der ganz... Vor allem, er kämpft sich jetzt hier in Ass. Seien Ernst. Ah, verdammt, ey. Wie ist das passiert? Oh, wie ärgerlich. Wow. Und dass er sie da jetzt auch noch, äh... Ist ja traurig. Oh, wow. Hier die Luke. Richtig gut. Ja, aber dass er da jetzt noch, äh, bekämpft hat, ist ja auch nicht so das Träumchen. Ach, nee. Wow. Wow. Und dann, dann geht er erstmal offline. Kein satten Typ. Ja, gut. Wir haben unsere Kiste verloren, aber... Ne? Äh... Das war klappt. Knapp. Kann er... Kann er... Kann... Ich kann nicht schreiben. Flo, ey. Äh, er soll auch mitspielen. Ja, fände ich auch richtig gut. Äh, ich würde sagen, wir leveln die Mech hier nochmal um eins. Öh... So. Und das auch noch. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter level 49 noch hinter, äh, hinter uns verbirgt. Genau. Macht richtig Sinn. Ne, komm, wir nehmen mal hier Verwandt noch mit. Dann haben wir wenigstens eine Auswahl zwischen Perks. Das... Das finde ich, äh, ganz gut. So. Umschlag nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Okay, schreien wir hier. 16 Einheiten Sunnykasten. 6 Sekunden Gebrauchsdauer. Nehmen wir alles mit. Und die Glühbirne. Und dann, meine lieben Freunde, haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben unsere Mech auf Level 50 gebracht. Richtig gut. Ach, schaut mal, wir haben ja noch Sprintboost auf 2. Könnte man glatt auch noch nehmen. Wenn wir sie jetzt hier erstmal, äh, leer spielen. Weil so viel Stuff haben wir jetzt nicht bei. Das ist tatsächlich gut. Aber Opfergaben mäßig sind wir echt noch gut gefüllt. Da müssen wir noch ein paar Runden spielen, ne? Und dann haben wir noch ein paar Runden spielen. Also, wir wollen wir noch mal schauen. Ich habe auch schon mal gesehen. Wir sind die Runden da, um die Runden sprechen.